Die 10 verrücktesten Häuser der Welt Wollten Sie schon immer ein Million-Dollar-Haus besitzen? Wie wäre es mit einem Haus, das eine kolossale Milliarde Dollar wert ist? Ja, wir haben eine Milliarde gesagt. Also lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie die 10 verrücktesten Häuser der Welt. Unglaubliche moderne Hausvilla Beverly Hills Dieses moderne Architekturhunder mit 10 Schlafzimmern und 5 Schlafzimmern liegt direkt am Sunset Strip in Beverly Hills, Kalifornien. Dieses Haus ist innen und außen mit Glas ausgestattet. Es hat einen Zero-Edge-Pool und eine gemütliche Umkleidekabine. Für Weinliebhaber ist der Speiseraum mit einem 6,4 Metern motorisierten Weinregal verbunden, das auf Knopfdruck kostbare Weine auf den Tisch bringt. Kein Grund aufzustehen oder den Butler zu belästigen. Es hat auch eine gehobene Lounge mit einem Kino, eine voll ausgestattete Bar direkt neben dem Pool, ein Fitnessstudio und eine Sauna. Dieser Ort hat alles. Und für 22,9 Millionen Dollar kann es Ihnen gehören. Luxushaus in Limassol, Zypern. Dieses Haus wurde auf fünf verschiedenen Ebenen mit jeweils eigenen Einrichtungen konzipiert und hat alles, was Sie sich vorstellen können. Einschließlich Hallenbad, Hydromassage, Aquarium, volle Wetbars, Solarium, Dampfbad, Finish Sauna, Schneekabine, Schlammbad, Massageraum und Fitnessraum. Es hat auch ein Heimkino. Es gibt einen Swimmingpool und ein Whirlpool draußen mit einer Bar und eine Dreifachgarage für alle Ihre Autos. Was kostet das alles? Dieses Haus ist derzeit auf dem Markt und wenn Sie 50 Millionen Dollar besitzen, dann kann all dies Ihnen gehören. Dieses individuell gebaute Haus verfügt über einen hydraulischen Autoaufzug für die Garage, ein Kino, eine benutzerdefinierte Turnhalle, einen benutzerdefinierten Pool und einen benutzerdefinierten Weinkeller. Ein Fitnessraum, ein Medienraum, eine Wetbar, ein separater Weinkeller mit Glaswänden sowie ein Spa mit einer Sauna und einer Dampfdusche sind ebenfalls vorhanden. Der Gunite Pool und der Whirlpool von Todd Pools sind mit Feuer- und Wasserzubehör ausgestattet. Dieses Anwesen ist ebenfalls zu verkaufen und wenn Sie 7 Millionen Dollar haben, können Sie es besitzen. Luxury Estate zu Hause, Greenwood Road, West Vancouver. Dieses moderne Haus ist eine 8-Bettzimmer, 8-Bad-Residenz mit großer Entertainmentgröße, formalem Wohn- und Esszimmer mit einem temperaturgesteuerten Glasweinraum ausgestattet. Die luxuriöse Master Suite verfügt über eine eigene Terrasse, einem Kamin, einem begehbaren Kleiderschrank und einem Marmorbad. Auf der unteren Ebene befindet sich ein Pool-Billardzimmer mit Onyx Wetbar, Fitnessstudio und ein privater Casinoraum, ein Heimkino und Resorts-Bar. Draußen haben Sie einen beheizten Pool, einen abgesenkten Unterhaltungsbereich mit Feuerstelle, eine überdachte Sitzgruppe im Freien und ein separates Jacuzzi-Spa. Falling Water, Haus über einem Wasserfall, entworfen von Frank Lloyd Wright. Falling Water ist ein Haus, welches im Jahre 1935 von dem renommierten amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright entworfen wurde und im Besitz von dem reichen Kaufhauseigentümer Edgar J. Kaufmann war. Es ist jetzt ein architektonischer Schatz, welches von der Öffentlichkeit besucht wird, sodass es nicht zu verkaufen ist. Das Haus ist auf einem 30-Fuß-Wasserfall aufgebaut. Die 5300 Quadratmeter großen Wände und Böden des Hauses sind aus Sandstein gebaut. Im Erdgeschoss der Hauptebene befindet sich eine Glasluke, die sich öffnet, um eine Treppe zu enthüllen, die zum Bach hinunterführt. Auch die Möbel und Dekorationen wurden entworfen. Megahaus in der Challon Road, Bel Air, CA. Dieses moderne Meisterwerk verfügt über eine 5600 Quadratmeter große Mastersuite mit Spa und 12 Schlafzimmersuiten mit 23 Bädern. Es wird nichts fehlen mit 5 voll ausgestatteten Bars. Unterhaltung gibt es in Form einer zweispurigen Kegelbahn, eines Theaters, eines Weinkellers und eines Spielzimmers. Es gibt auch einen Sportplatz, Pavillon, Pool, Umkleidekabine, einen Infinity Pool mit Wasserfall und Spa, ein Übungsplatz mit 50 Fuß Feuerstelle, einen Motorplatz mit genug Platz für 70 Autos und eine 14-Auto-Garage. Im ganzen Haus befindet sich ein vollautomatisches Creston Media Soundsystem, ein hochmodernes HVAC von Mitsubishi, sowie ein kommerzieller Hochgeschwindigkeits-Otes-Aufzug. Dieses Haus ist definitiv ein Zuhause für die Reichen und kostet 100 Millionen Dollar. Einblick in eine 165 Millionen Florida-Villa, Manalapan. Wenn es um Megavillen geht, ist dieser 33-Zimmer-Florida-Komplex auf einer privaten Barrier-Island ziemlich schwer zu schlagen. Das 16 Hektar große Anwesen, das Gemini genannt wird und nicht nur ein Herrenhaus ist, ist eine ganze Insel. Dieses Anwesen umfasst ein Haupthaus mit 12 Schlafzimmern und ein PGA-Standard-Golf-Übungsbereich, was bedeutet, dass Sie die private Insel nie verlassen müssen, um auf Ihrer Fahrt zu arbeiten. Dort finden Sie auch einen Süßwasserteich, ein Vogelschutzgebiet und einen Sportkomplex mit Tennis, Basketball und Minigolf. Das Haupthaus ist 62.000 Quadratfuß groß. Es verfügt über ein Museumsqualität-Klimakontrollsystem, ein erstklassiges Sicherheitssystem, ein Handysignalverstärker und nicht ein, sondern zwei Aufzüge. Dies ist eine der teuersten Immobilien in den USA mit 165 Millionen Dollar. 250 Millionen Dollar, moderne Villa, Kalifornien, USA. Dies ist eines der teuersten Multimillionen-Dollar-Häuser in den USA. Es verfügt über 17 Schlafzimmer und 21 Badezimmer, eine Kegelbahn, ein Kino, ein Billardzimmer mit Kickertischen, riesige Süßigkeiten-Automaten mit allem, was Sie wollen und einen Weinkeller, der jeden Kenner erröten lässt. Besitzen Sie einen Hubschrauber? Es gibt Parkplätze auf dem Dach, ganz zu schweigen von der riesigen Garage unter dem Gebäude. Dies ist der König der Häuser, Tony Starkstil. Dieses Haus wurde für Milliardäre gebaut und für 250 Millionen Dollar müsste man einer sein, um es sich leisten zu können. Anwesen mit Pool und Wasserfall In der Nähe der Strände in San Diego wurde dieses Multimillionen-Dollar-Haus von dem Architekten Rob Quigley entworfen. Das Haus ist im Grunde wie ein privates Resort mit Indoor-Wasserfall gebaut. Eines der Hauptmerkmale dieses Ortes sind seine 25 Meter hohen Decken. Es verfügt über drei Schlafzimmer und 2,5 Badezimmer. Es gibt ein paar Billardtische im Inneren und eine private Terrasse, die mit einer Gasfeuerstelle mit der unteren Ebene verbunden ist. Es gibt ein Outdoor-Spar für den Fall, dass Sie nicht an den Strand gehen möchten. Der Preis für dieses Objekt beträgt 1,45 Millionen Dollar. Hightech-Villa Wenn Sie nach Ihrem Traumhaus suchen, könnte es das sein. Dieses Haus ist mit Kristallleuchten, Glas und Chrom beschickt. Alle Schlafzimmer haben ihre eigenen Badezimmer, Duschen und begehbare Kleiderschränke. Wie bei allen Multi-Millionen-Dollar-Häusern finden Sie in einigen Zimmern Billardtische, ein Fitnessstudio mit LED-Fernsehern, ein Kino und vieles mehr. Wenn Sie Autos mögen, ist unter dem Haus eine riesige Autogarage. Dieses Haus kann für 49.995.000 Dollar gekauft werden. Das Haus kann für 50.995.000 Dollar gekauft werden. Das Haus kann für 50.995.000 Dollar gekauft werden.